So, was haben wir hier? BAMERA Sieht aus wie eine Mine, ein Bergwerk Geht es euch gut? Einem dieser Gefäße ist ein Relikt. Daran hängt eine Menge Geld. Mein Boss Rakan hat mir diesen Zauber gezeigt. Keine Worte, nur eine Geste. Genauso. Er schickt das Relikt zurück zu ihm, ihr findet das verdammte Ding, wirkt den Zauber und wir teilen das Geld. Okay. Erstmal habe ich ein paar Fragen an dich, junge Zauberin. Wie funktioniert denn dieser Zauber? Man muss dafür kein Zauberer sein. Die Magie liegt im Relikt, nicht in euch. Hat zumindest mein Boss gesagt. Liegt an der Art, wie sie gemacht wurden. An Symbolen im Leben, was weiß ich. Runen vielleicht? Ein magischer Gegenstand? Was ist das für ein Ort? Die hinterste Ritze von Sanktuario. Aber es gibt Geld zu holen, wenn man weiß, wo man suchen muss. Hier sind früher Schmugglerkarawanen durchgereist, bevor die Irren in den roten Kutten aufgekreuzt sind. Jede Menge Wagen haben gebrannt. Alle möglichen Güter sind verloren gegangen. Wie dieses Relikt. Und da kommen wir beide ins Spiel. Okay. Ich will echt jeden Topf untersuchen. Irgendwo soll hier ein Topf sein mit diesem Gegenstand. Das ist es nicht. Hier war doch gerade noch ein Topf. Wir haben schon weg. Okay. 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 Da ist noch einer. Ah, seltsames Relikt. Ah, schade. Mysteriöser Topf. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Mysteriöser Topf. Was soll der Mist? Ist bestimmt automatisch der letzte Topf, den man ankriegt. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. was für sigils meinst du diese albtraum dungeon dinge albtraum siegel oder gibt es da noch krassere für wt4 ich habe in wt3 schon welche gefunden da ist das wendet den gestenzauber auf das relikt an sprecht mit rakan ist die jetzt woanders hingegangen ich hebe mir mal hier den punkt auf für später ist irgendwie nichts passiert ach der schon wieder der kuriositäten sammler hornhaut schrubber is now following willkommen bei den lösköppen danke fürs verloren da kam habt ihr das relikt habe ich und in einem so guten zustand aber wo ist meine jägerin sagt mir nicht ich habe sie auch verloren wie dem auch sei wisst ihr was das ist scheußliches kleines ding voller verderbnis hatte man einem aufseher der steppen gehört es gibt ein weiteres ihr werdet es für mich finden hat er gerade eine dämonen stimme bekommen natürlich nur wenn euch etwas an gold liegt das ist ein dämon oder was dieser kuriositätenhändler oh oh was ist denn hier los ja erzähl mir mal ein bisschen was also eure jägerin ist schwer verletzt sie sprach von gold sie ist also am leben gut keine sorge freund ich sorge dafür dass sie hilfe und volle bezahlung erhält ich trau dem eigentlich nicht so aber ich hoffe mal da geht's gut der dame aber warum sammelt ihr diese relikte na sollte sie nicht jemand sammeln würdet ihr zulassen dass ein haufen verfluchter relikte eure heimat vergiftet das dachte ich mir ja und wer waren die aufseher die alten sklavenhalter könige von gulran sie haben die steppe mit eiserner hand regiert jetzt sind sie längst vergessen aber ihre relikte verbreiten an ihrer stadt leid welchem aufseher gehörte dann dieses relikt aufseher salak der kranke bastard hat seinen opfern gern in die kehle geschüttet lava in die kehle das brennt ja sofort alles weg also ich glaube der tod ist auch relativ schnell lava ist ja eigentlich so heiß dass wenn du sogar bloß in die nähe kommst du schon verbrennt gibt es noch weitere relikte der aufseher zu finden ja in der tat ich hatte davon einen weiteren artefakt gehört aber doch keine gelegenheit danach zu suchen das beil eines aufsehers dieser kerl war ein echter schlechter und gab schließlich seine fertigkeit mit der klinge und den spalter selbst an seine tochter weiter nach haljons tot vermuteten die magier eine finsternis in dem beil es gelang ihnen es in die finger zu bekommen und dem fünsteren gewölbe weg zu sperren ok das gewölbe wurde schon vor langer zeit geplündert und die magier vertrieben aber ich hoffe dass es noch immer in einer der truhen dort liegt was könnt ihr mir noch über den spalter sagen also über die axt gerüchten zufolge war der aufseher dem er ursprünglich gehörte ein von eifersucht zerfressener mann seine partner fürchteten ihn mehr als dass sie ihn liebten aber wie ich höre war seine tochter noch schlimmer mehr werde ich mit sicherheit wissen sobald ihr den spalter gefunden habt ich finde das ein bisschen sehr suspekt vor allem die dämonen stimme die da hatte die jagd auf den relikt jäger wo ist dieses andere relikt kara jesu hatte ich gehofft aber der jäger den ich geschickt habe ist noch nicht zurück ob tot oder verspätet ich vermute der junge braucht unterstützung vielleicht können wir helfen ok ich würde zuerst die axt machen berg den spalter aus dem flüsternden gewölbe was ist da hinten alles klar die quest werden wir auch noch machen aber ich möchte sie jetzt nicht annehmen weil ich möchte das alles dann in einem video haben dass die quests nicht alle so hin und her sind aber ich schreibe mir das auf dass hier eine quest ist und die holen wir später noch ab das ist also zuflucht des schicksals südöstlich davon zuflucht südosten ja wir machen jetzt erstmal diese questreihe durch natürlich ich 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 Die Explosionen, nehm ich noch Platz, ja geht noch, für einen Dungeon reicht das sicherlich noch. Die Explosionen, nehm ich noch, für einen Dungeon, nehm ich noch, für einen Dungeon, nehm ich noch. Oh, hä? Das ist doch ein Skill vom Jäger! Die habe ich gerade gesehen, da war gerade ein Skill von der Rogue-Klasse. Was war dieser Fallenskill? Oh, das sieht ein bisschen aus wie eine Festung der Horadrim. Oder ein Gebäude von denen oder keine Ahnung was. Ne, warte, was? Hä? Bin ich hier falsch? Doch, flüsternes Gewölbe. Weil das Symbol nach draußen zeigt. Das muss ich schon hier sein, denke ich. Friedliches Siegel. Ich finde es immer sehr beunruhigend, wenn man keine Gegner antritt. Ah, da ist was. Gut. In Dead Island. Da liegt noch jemand. Habe ich gerade in Dead Island gesagt? Ich meine in Dead Space. In Dead Space 2. War die gruseligste Stelle im Spiel. Einfach bloß eine Stelle, in der, sag ich mal so 10, 15 Minuten lang, kein einziger Gegner aufgetaucht ist. Das war die gruseligste Stelle überhaupt. Weil du an jeder Ecke was erwartet hast. In jedem Schatten was gesehen hast. Und die ganze Zeit richtig panische Angst gehabt hast, wann das nächste Mal endlich mal ein Monster irgendwo rausgesprungen kommt. Ich spreche mit Rakan. Wir machen den Dungeon trotzdem noch, ne? Zerstört heilige Ziegel. Ich brauche mehr Essenz. Hat einer von euch Dead Space gespielt? Eins, zwei oder drei? Gab's ja. Drei Stück, glaube ich, insgesamt. Eigentlich richtig geile Reihe. Richtig Gaudi gemacht. Und im zweiten Teil kehrst du halt auf das Schiff des ersten Teils zurück. Und da findet diese Szene statt. Wo du einfach mal durchs ganze Schiff läufst und die ganze Zeit nicht antrisst. Du erwartest die ganze Zeit, dass du das auch rauchst, weil es ist halt das Schiff aus dem ersten Teil, die Ishimura. Und du weißt genau, die ist voll mit den Viechern. Und die tauchen einfach nicht auf. Das ist so gruselig. Wer ist Quinn? Du betrügst mich mit einem anderen Streamer? Jetzt bin ich aber echt beleidigt. Ja, ich habe leider keine Zeit, nach anderen Streamern zuzugucken, weil ich ja selber screene. Daher kenne ich mich da nicht so aus in dem Mitte. Ja, du hättest auch Pokémon bei mir gucken können. Ja, du hättest auch Pokémon bei mir. Ich bin noch nicht bereit. Herrlich. Dieser Schrei ist einfach geil. Du betrügst mich. Du dreckige Shift. Ich bin noch nicht bereit. Das war's. Das ist ja schon ein bisschen krass. Das war's. Das ist krass. Weist dreams und gleichzeitig auch noch selber spielen. Krass. Wir können jetzt raus und mit Rakan sprechen. Rakan. Rakan! Ey, was war das? Wer war das? Hä? Was? Wo kam das her? Hast du das gesehen? Kurios. Also hier, äh, Dämon. Ich bringe dir die Axt. Der Spalter der Liebe. Ich habe den Spalter gefunden. Ein Geist ist daran gefangen. Was ihr nicht sagt. Wer war er? Ein Ehemann? Ein Geliebter? Ich bin nicht überrascht. Bist ihr? Halion war weit und breit für ihre vielen Liebhaber berüchtigt. Die einer nach dem anderen verschwanden. Verschwanden? Der Regende nach wurde sie von unbezähmbarer Eifersucht verderben. Zweifellos das Werk des Spalters. Und beseitigte unweigerlich jeden einzelnen Partner und Geliebten. Okay. Damit sie für immer zusammenbleiben, verzehrte sie dann ihr Fleisch, sodass sie niemals getrennt wären. Wo die Däibe? Däider bedeutet das aber auch, dass diese armen Seele niemals wirklich Frieden finden werden. Naja. Wenigstens habt ihr mir das Beil gebracht, damit ich es vor weiteren Opfern bewahren kann. Kranker Scheiß. So, wir müssten jetzt mal ganz schnell ein paar Items loswerden. Und dann springe ich in den nächsten Teil dieser Questline. Was war denn das mit dem Jagd auf den Reliktjäger, ne? Genau. Wo ist das? Da unten. Dann gehe ich mal kurz in die Stadt Karajisu. Ich hoffe, da ist eine Stadt. Weil es heißt Ruinen. Damit ich fix ein paar Items verkaufen oder zerlegen kann. Um Platz zu machen. Ja, hier sieht es gut aus. Und hier gibt es auch eine Quest. Über zwei notiere ich mir mal. Für später. Wie heißt die? Kara. Jisoo. Schlaue Buch. Wie gesagt, ich könnte die Quest jetzt annehmen, aber ich fände es dann schöner, wenn das dann in einer Reihe kommt. Sodass die Gespräche auch noch Sinn ergeben. Was, was, was? Eure Kälteskleppmage? Oh, das ist geil. Das heben wir auf. Das haben wir schon einmal hier drinnen. Hier drinnen. Aber für das nächste Upgrade heben wir es auf. Gute Ausbeute. Verursachter Dornenschaden hat eine Chance, alle Gegner, um euch Schaden zuzufügen. Ich mache keinen Dornenschaden. Lohnt sich nicht. Für Schnitter. Oh, das würde ich vielleicht aufheben. Ich hatte mal überlegt, auf Schnitter umzuwechseln. Da war was mit Dienern drauf. Das hätte ich vielleicht aufheben sollen. Leichten Explosionen. Ja, das hebe ich erstmal auf. So. Die Jagd auf den Reliktjäger. Richtig? Genau. Aban. Seid ihr... Geht noch. Nochmal. Aban. Seid ihr Rackhans Jäger? Ja. Hat er euch geschickt? Den Geistern sei Dank. Er hat mir die Hälfte im Voraus bezahlt. Hat nicht erwähnt, dass es Leichen gibt. Zur Hölle. Glaubt ihr, er hat diese armen Seelen vor uns angehäuert? Ich glaube schon, dass er ganz schön viele Leute angehäuert hat. Und ein paar von denen sind gestorben. Muckis sind da. Geld kommt. Kann losgehen. Und das hier die Leute? Und vorsichtig. Hab den Deckel. Ich sehe es im Inneren. Seltsam. Es ist... ...kalt. Verdammt. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Was ist jetzt passiert? Ach. Er ist versteinert, ja. Dieses Relikt versteinert also, Leute Nein! Ich hab doch heilen gedrückt! Ich hab nicht gesehen, dass ich überhaupt verletzt wurde Ich hab einfach nicht gesehen, dass ich verletzt wurde War gar kein Problem Das war voll easy, ich hab bloß nicht hingeguckt quasi Mist Ich muss den gleich mal reparieren gehen Rakan? Was machst du hier? Ich trau dem echt nicht Euer Jäger wurde versteinert Ich weiß, schrecklich, einfach schrecklich Fühlt sich nicht gut an, meine Leute anzuwerben und sie dann zu verlieren Aber ihr, ihr seid vielversprechend Was für ein Arschloch, oder? Es gibt ein letztes Relikt, wenn ihr eine Herausforderung sucht Ja, natürlich Sellerie-Eistee ist in our following Willkommen bei den Dösköpfen Danke fürs Followen Wo ist das letzte Relikt? Sag es mir! Begaben unter den Ruinen von Saran Einer Stadt, die in einer Caldera versunken ist Trefft mich dort Dieses Mal jagen wir gemeinsam Alter, die Stimme Ich komm dich hoch Äh Es ist kalt Verdammt Hilfe Hilfe Was? Was passiert jetzt gerade noch? Ach, da ist ein Spieler Es passiert dem Spieler gerade auch nochmal Äh, ich geh kurz reparieren Meine Wache geht gleich kaputt, oder sowas Und dann Dann suchen wir das letzte Relikt Das ist ein Emoji Das sieht ja putzig aus Ein Reh? Ja, ne Ein Reindeer Ein Rudolf Der ist ja putzig Supi Da freu ich mich Äh, reparieren Genau Gucken wir jetzt mal Das letzte Relikt Also ich trau dem Typen keinen Meter weit Ja? Ich trau ihm so weit wie ich ihn werfen kann Und das ist nicht weit Ja, mal gespannt, ob der uns noch angreift Wenn er sein letztes Relikt hat Ich find den Namen aber irgendwie putzig Sellerie Ice Day Wie kommt man auf sowas? Ein cooler Name So Rackhahn Ich bin bereit Gut, möge eure Zuversicht auch unten noch so stark bleiben Solange du mir nicht in den Rücken fällst Eieieiei Warum helfen wir solchen Leuten? Die offensichtlich ne Dämonenstimme haben Versteh ich gar nicht Entweder Ich bauw Jawoll Das war alles Unterhalts Wie war das? Ja Kau Doch Wir werden es warten Kommt der Rakan eigentlich mit? Wo ist denn der? Der steht hier hinten und macht nichts. Der steht hier rum und macht nichts. Das Schwein. Der spart nicht seine Kraft auf. Der muss ja noch gegen uns kämpfen. Das letzte Relikt ist knifflig. Schatten und Licht beschwören Lügen und offenbaren die Wahrheit. Du bist der Lügner. Der Licht ist der Schlüssel. Dort, schaut. Ein Spiegel auf dem Podest. Vielleicht gibt es noch einen. Ein Spiegel auf dem Podest. Er lenkt die Lichtstrahlen um. Was? Was? Ich sehe keinen Spiegel. Ich sehe keinen Podest. Hä? Hä? Was mir am Barbaren nicht gefällt, ist, dass es halt die Wut abbaut und dass sie nicht automatisch generiert. Also wenn ich mich hinstelle und nichts mache, generiere ich ja ein bisschen Essenz. Und beim Barbaren generiert sich dort nichts von selbst und stattdessen geht es runter, wenn man nicht aktiv angreift. Das finde ich blöd genug. Das war aber, glaube ich, in Diablo 3 auch schon drin. Gefällt mir aber halt nicht. Ah, hier ist was. Lenkt die Lichtstrahlen. Wie hat denn der von da hinten? Wie hat der von da hinten gesehen, dass hier ein Podest mit Lichtstrahlen ist? Oh, ein Pentagramm. Ein Pentagramm. Das ist, äh... Kein gutes Zeichen. Unmöglich. Was? Rakan? Ich... Ich wusste was. Ich wusste, äh... Rakan ist ein Dämon. Und dieses Licht offenbart die Wahrheit. Wir sehen jetzt seine wahre Form. Ihr... Ja, ihr seid ein Dämon. Ja. Und nein. Der Spiegel hat meine Illusion beendet. Ich werde das alles noch erklären. Versprochen. Seid versichert, dass ich weder euch noch sonst wem Böses will. Ich weiß ja nicht. Unsere Aufgabe besteht weiter. Die Verdirbnis des Relikts muss eingedämmt werden. Also mein Stream ist Deutsch. Der Stefan, der ist aus Dänemark. Und da lernt man auch schon in der Schule ein bisschen Deutsch. Das heißt, er versteht, was wir sagen. Für ihn ist es aber einfacher, auf Englisch zu antworten. Also du kannst mit ihm auch ruhig, denke ich, Deutsch reden. Bloß ich weiß nicht, wie gut er Deutsch lesen kann. Also was dir lieber ist. Antworte in Englisch, antworte in Deutsch, wie es dir lieber ist. Aber ich denke, er versteht das Meister. Nee, kein Französisch. Dein scheiß Französisch kannst du dir in den Arsch heben. Hey Meister, wusste gar nicht, dass du zuguckst. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Und viel Erfolg beim Leveln. Danke fürs Zuschauen. Bin ich ja mal gespannt. Alter, ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, er wird uns trotzdem am Ende irgendwie angreifen oder sowas. Er stört meine Ruhe. Ein Aufseher. Oh, der sieht komisch aus. Wie sieht der so komisch aus? Ach, der ist getarnt. Okay. Band die Illusion, um Aufseher Kafan zu enthüllen. Euer Meister ruft euch. Seid dem Heimenging die Macht der sich. Ich gebe ihnen eine Bestimmung im Tor. Ja, jedes Mal das gleiche mit dir, ne? Warum spricht er nicht Deutsch? Ich finde es auch lustig. Nein! Neulich hast du mich gefragt, ne? Was heißt das, wenn deutsche Streamer was Samma sagen? Samma, ne? Oder Sachma, Samma. Das hat er nicht verstanden. Das musste ich ihm dann schriftlich erklären. Sachma, was ist denn hier los? Oder Samma, was soll denn der Mist? Fand ich lustig. Er hat mich angeschrieben, was heißt Samma? Ich höre das bei so vielen Deutschen. Ich so, hä, was heißt denn? Ich muss sich selbst erst mal überlegen, was heißt denn bitte Samma? Sachma oder Sagma. Samma, was ist denn hier los? Oh, ich dachte, der greift mich an. Rakan. Dann nehme ich die Truhe. Danke. Und jetzt erklär mir mal bitte, was das alles soll. Rakan, warum bist du ein Dämon? Und war das ein Aufseher? Aufseher Kafan. Einer der Schlimmsten. Er hat Unzählige in ein frühes Grab geschickt. Auch mich. Aber ich hatte Glück. Ich habe euch aus dieser Leichengrube gerettet. Nicht Glück. Was? Den Geistern sei Dank, dass ihr das getan habt. Ach, der ist von dem Dämon besessen? Er hat nicht nur uns geholfen, sondern jeder Seele der Stippe, die durch die Relikte hier gefangen war. Geld ist ein dürftiger Lohn für ewige Ruhe. Aber ich hoffe, ihr nehmt es dennoch an. Aber Also Es ist ein Mensch und ein Dämon in einem Körper und die arbeiten zusammen, um diese bösen Relikte zu finden und weiß nicht, was die damit machen. Entsorgen? Ich habe so ein bisschen die Vermutung, der Dämon sammelt die, um sich selbst zu stärken. Welchen Vorteil zieht ihr beide aus dieser Vereinbarung? Ich lebe mich an Schmerz. Die Relikte nähren mich. Dank ihnen kann ich mich ins Sanktuario bewegen, ohne töten zu müssen. Oh. Mir gefällt es hier. Menschen genießen viele kleine Freude. Frisches Brot, weiche Decken, Glühwein. Glühwein. Das heißt, wie lange. Aber für den Moment bleibe ich. Er hilft mir. Ich lebe und ich bin frei. Das können nicht viele behaupten. Ha. Okay, das sind... Ist er doch nicht böse, hä? Oder lügt er uns an? Ich weiß es nicht. Aber das ist eine sehr interessante Questline gewesen, muss ich sagen. Also finde ich schön, dass sie so richtig Storys dahinter haben. Nicht bloß, äh... Geh nach A, töte dort B und bringe mir Item C. Weißt du? Nö, schön. Muss ich sagen. Ähm... Gehen wir mal raus. Und suchen uns die nächste Quest. Ne? Okay.